Bevor ich anfange, weil es immer so schön war, nochmal, Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Huuu, super Leute! ... der AfD bekannt gegeben worden ist, wir hören es jetzt hier auch gerade im Hintergrund. Nazis raus, Nazis raus, wird hier skandiert. Also, laut wie auf einem Rockkonzert hier in der Hamburger Markthalle bei der Hamburger SPD, deswegen die Frage...